ich bin auf dem dach gelandet jetzt echt jetzt gleich nicht durchfallen wo sind die gelandet ich glaube einer bei dir und einer ist hinter mir auf der anderen straßenseite bei mir ist ja keiner er läuft es auch an mir vorbei er läuft auch die anderen straßenseite rüber also haben wir beide häuser ja für uns oder den ganzen ort sie werden aber auch schon beschossen oder habe ich mich gerade kann sein dass er beschossen wurde ist aber nicht weg gefahren jetzt er ist hinter den häuser gefangen was in der waffe thompson ohne pistola im linkes haus von dieser also dort wo diese komische tonne auf dem kopf auf dem dach ist ja ich sehe ihn da geht es ja reingang ist hoch ach so dann ist in dem haus daneben auch noch einer ah ja den habe ich jetzt auch den also die beiden häuser die beiden orangen in der praktisch ja genau da kann ich ja hier raus gehen der seite was hast du 2 und 6 2 m 16 aber halt auch eben insgesamt 60 schuss die laufen nach hinten raus das war ich ja ich werde angeschossen ich sehe noch wo denn wo denn in die richtung 265 und so 22 leute ich muss erst mal wieder ins haus rein ich muss mich heilen das ist noch nicht sehr nah obwohl sie sind jetzt gleich bei dem haus neben dir sie haben das haus neben dir gleich also sie sind davor jetzt an die mauer übersprungen gehen jetzt in das haus rein da kommt der zweite daher beide in dem haus neben dir ja sehe ich unten drin oben drin oben drin oben drin dort wo ich jetzt praktisch auch bin dort in deren haus oder zweites weiß ich nicht die andere ist gerade die treppe hoch da wird dem aufheben die könntest du vielleicht vom fenster aus töten ne kriege ich nicht doch hat er er kann auf jeden fall sein kumpan nicht helfen das würde ich sehen er ist rechts von dem geländer top ich komme rüber er hat gar keine chance er war ja schon richtig verletzt ach der kamerad lag hier er hat ne ump der kamerad ja dann nehme ich die ich habe jetzt ne ak und ne thompson ok hier ist noch ein bisschen ump munition bei dem drin ja ich habe auch genug hier ist noch ein erster hilfekasten für dich ja habe ich schon danke ok weil du noch nicht voll bist deswegen ja ich wollte es gleich machen ein holo visier nehme ich mal mit für den nahekampf ja ich habe rot und oh glaube ich liegen lassen ja die häuser fegt jetzt keiner das liegt schon mal ganz gut mit verbänden jetzt hoch ok ja weil wir haben jetzt die zeit haben wir jetzt gerade deswegen ja das stimmt und dann lieber was wollen wir als nächstes hin das ist die frage weil die kamen von mingli ich glaube nicht dass da noch sehr viel liegt dann wobei ich aber auch sehr sehr wenig hatten fand ich also für mingli allgemein also der ganze ort war es relativ wenig ja deswegen ja einer hat eine weste und eine uzi vielleicht haben wir auch einfach hier nur die schüsse gehört und wollten dann rüber und pushen das kann sein dann gehen wir doch mal kurz gucken ach dem habe ich sogar einen headshot gegeben glaube ich dem letzten anschein oder du vielleicht auch noch also dem einen habe ich ganz gut welche also ne dem einen der erste also der der in dem raum drinnen lag in diesem küchenraum oder was das ist den habe ich einen header reingedrückt also den den ich gerade getötet habe oder den der schon down war den lagen heller reingedrückt ja aber der andere hat schon kaputten helm gehabt deswegen ja aber meiner ist auch kaputt ich habe auch ganz gut von dem bekommen ja der ist 48 habe ich noch bei dem 81 ok ist aber immer noch besser als gar nicht so da liegt zum beispiel eine ump hier sind die türen aber auch alle offen da waren ihre sehr schnell und das ist diesmal sehr sehr schlecht gelootet gestückt naja für mich nie für so viele häuser findest du nicht kommt auch immer darauf an auf was die gegangen sind halt ne also ja weil ich alles was ich sehe ist wirklich schon komplett gelootet da liegt auch wirklich nichts mehr ok hier liegt noch eine uzi mit 90 schuss na gut der blendgranate da waren die wirklich schnell nicht schlecht so oder haben wir so lange gebraucht fand ich jetzt eigentlich nicht also ja weil man bedenkt die mussten ja auch noch rüber laufen ja aber gut dann ist das halt so ne und noch mehr munition für mich und dann sind wir schon durch hier ich würde sagen wir gehen da hoch Richtung kirche weil wir müssen eh in die richtung ja ich nehm kurzen energy achso hier bei pochinki was meinst du hoch zu gehen ja ja Ja, okay. 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 Bindungseuer. Okay. Ich goeins press. eschön. Wie jetzt 就是. Tues sind hier zu erinnern hier. Oh so. Rauch has the thing she has. Okay, cierys sind. Wow so. Das ist nicht SWEAT Battle file. Was für ein Griff? Hinten? Ne, vorne. Oh, scheiße. Ich weiß, wo einer liegt. Nein, Leiche. Wir haben mir gerade nicht sicher, ob ich sehr weit weg die Schüsse gehört habe, oder eine rote Zone. Könnten auch die Stuhl, also die Schritte hier von uns sein, auf dem Holz. Ne, ne, da habe ich... Fahrzeug? SBI und wo. Aber wir müssen noch ein kleines Stück, ne? Dann machen wir uns auch einen Weg. In der Richtung, wo das Auto zu hören war. Genau. Na, ich habe eine Mini-14, ich habe einen 8-fach-Sucher und einen 2-fach-Sucher. Okay. Dafür. Kannst ja auch rauszoomen. Ja. Beim 8-fach. Ja. Oder ist das Faden kurz so klein? Oh. Also, außer du willst einen 2-fach-Sucher haben, vielleicht, dann würde ich den auch... Ja, ich habe rot. Das kann ich jetzt. Okay. Also, dann würde ich ihn dann Bären, sagen wir so. Wenn wir eins über haben, dann wohl, aber so brauche ich es nicht mit. Und ich habe einen Staddy auf der M16. Und einen Bündungsneffer, jetzt finde ich ein Sniper. Das ist ja schön. Ne, wahr. Ich habe sehr viel AK-Munition. Ich bin, pardon. Ich habe aus irgendwelchen Gründen schon wieder 109 AK-Schüsse. Ich habe eben einen ganz fiesen Schuss von hier gehört. Das ist ja so ein K-Schuss. Ja. Wohin gehen wir? Die Frage. Das ist eine gute Frage. Ich bin dann eher im Wald dahinten. Ja. Ich versuche, es ganz professionell auszusehen, wenn ich auf einmal einfach so stoppe, duke und wohin ziehe und so. Pass auf, Leute. Ich weiß, was ich tue. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal, in den Wald da reinzukommen, oder? Okay. We're walking on sunshine. Wow. Das war dein Einsatz. Ach so. We're walking on sunshine. Nein. Wow. Time to feel good. Dead, 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 dead. Wuppala. Der Schuss kommt näher. Oder wir kommen näher an den Schuss. Das kann nicht sein. Das ist ganz schön fiese freie Fläche hier eigentlich, ne? Welche? Ja, da, wo wir gerade rüberlaufen. Was warst du da? Irgendwo. Fahrzeug? Nicht vom Fahrzeug verstecken. Das hat den Sinn. Oh, wenn der sich jetzt überschlagen hätte, ne? Der zielt. Der zielt raus. Hast du das gesehen? Ja. Da fährt noch ein Auto links. In den Wald rein. Der hat angehalten, der hinten. Sie gehen in das rote Haus. In das doppelstöckige linke rote Haus. Jo. Das ist bei der Tanke dort hinten. Ja, da ist gerade ein Auto hingefahren. Boah, willst du den da ins rote Haus, oder? Äh, ja, doch, rote Haus. Rechtses Fenster war davon. Schießt. Hat mir eine Pfanne getroffen. Ich versuche, in Deckung zu kommen. Ich bin hinterm Hügel. Okay. So, Jungs, ihr wolltet das so. Da lief einer draußen lang. Ich hab deren Tür mal kurz kaputt geschossen. Ja. Ich weiß nicht, ob der Reifen kaputt ist, aber... Nein. Ey, das ist doch gemein. Oh, der Auto hüpft erstmal dann. In den Wald rein, oder nicht? Ja, muss man aber auch passen, dass wir uns vom Fenster aus nicht sehen können. Ja, deswegen hier können wir so ein bisschen... Ist hier Low Ground hier. Ja. Weil ich find's eine semi-optimal, dass wir hier so mit dem Rücken... Keine Ahnung, was du meinst. Wir waren aber nicht mehr in der Zone. Ja, gut. Obwohl, ihr kommt ja auch erst. Der Schuss war auch relativ nah. Habt ihr jetzt eiskalt ein anderes Auto gefunden? Die haben eiskalt da hinten ein anderes Auto gefunden, die beiden. Was sind das für Spasten? Ihr Schweine! Naja. Der Karschuss war aber sehr nah. Der wird hier auch irgendwo am Hügel... Ne, das war ein Baum. Gott. Bei mir hast du übelst geleckt. Oder du. Direkt vor uns! Ausgenockt nur. Dahinter ist ein Coupane! Kapi. Top. Ähm, warte, 215, 115, 115. Hinter uns. Ja. Ich hänge fest! Ich seh'se, ähm, 250, das Auto. Moment. Jetzt laufen sie Richtung 240. Brauchst du einen Wangenpolster oder sowas? Nein. Wo sind die jetzt da? Vertikalen Handgriff? Nein. Ja. Andere Seite hinter mir. Ah, da haben wir den Tanksteller. Scheiße. Ich hab nur Verbände. Warte. Wo kommt die jetzt auch immer alle her? Wir sind hier ein bisschen... Der Tank unten, irgendwo, äh, halt, Richtung 80 oder so, hinter uns zwei. Ähm, 230 sind die zwei, die hinter uns waren. Wo da? Ähm, an einem Baum, wo das... Links von dem Stein an dem Baum... Ah, da laufen sie ja gerade, ja, genau. Wo ist der Zweite? Das weiß ich nicht. Warte mal, ich glaub ich... Der andere ist neben uns. Beide. Ja, ey. Ja, so schnell konnte ich nicht rüber wechseln. Was für eine Kack... Das war... Auf einmal kamen sie aus allen Richtungen. Ja... Ja...